Moin, Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2017 Hier zum verregnerischen Qualifying Sparfranco Show Und Chef sagt, es soll ein leichtes für uns werden hier weiter zu kommen Ich weiß nicht, was Chef geraucht hat, aber ich sag euch, ganz im Gegenteil Das wird so viel ausgehen wie in Ungarn, wir werden in Q1 hier ausscheiden Ich musste einen Interminiertreiben, das schon wieder anfahren im freien Training Denn das dritte freie Training war aber wieder komplett in Intermedienbedingungen getauft worden Auch noch stark Regen, alles klar Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich fand es mal wieder sehr interessant, wie mir die Qualifying Tempoziele wieder ausgelegt worden sind Bei Trockenheit sollte ich den 17. Platz herausfahren Und unter Intermedienbedingungen sollte ich 9. werden Es gibt die Vermutung, oder von deinem Zuschauer gab es auch den Kommentar Dass der Teamkollege vielleicht ein anderes Fahrzeug fährt als ich Ich habe mittlerweile auch einfach die Befürchtung, dass der irgendwie ein ganz anderes Auto fährt Dass sein Auto irgendwie ganz anders entwickelt ist als meins Und das macht mich immer ein bisschen schützig, weil auch hier Kommen die wieder mit 10, wo ich mir nur denke 17. okay, der drückt in Bedingungen Äh, hallo, wir haben einen super Motor Wir haben nur ein scheiß Chassis Ja, und wir haben hier hauptsächlich schnelle Kurven Wo ich mir dann nur denke Ja, das ist nicht so ganz realistisch Und Regen, das Auto ist kein Regenauto In dem Bezug mehr, weil wir einfach ein scheiß Chassis haben Und Regenqualifyen Ja, ich glaube, ich muss da nicht wirklich viele Worte zu verlieren Ich kann froh sein, wenn ich hier vor den beiden Saubers komme Weil ich konnte mich zwar einschießen vorhin noch im Training 3 Trotzdem, ich weiß nicht, was die KI hier wirklich in ihrem Sektor 2 raucht Sektor 1, da sind wir auf ganz gerade der schnellste Mann Das heißt, wir fahren schon mit weniger Abtrieb Aber auch nicht mit so viel weniger Abtrieb Dass wir auf Trockenheit auf unserem Teamkolleg über eine Sekunde verlieren Ich verliere da über eine Sekunde Ich habe da 1,5 Sekunden verloren Habe aber im ersten Sektor und im Schlusssektor insgesamt 8 Zehnte wieder aufgeholt Also mein Teamkolleg war 7 Zehntel in Trockenheit schneller als ich Und das auf einer meiner Lieblingsschrecken Und das ist nach wie vor einer meiner Lieblingsschrecken, ja Aber es ist hier abgrundtief schwer Ich habe hier natürlich den Flügel oder die Flügel ein bisschen höher gestellt 7,5, 5 ist nicht viel hinten 7, um ein bisschen das Unterscheuern entgegenzuwirken Ich weiß nicht, wie das mir in Bezug hier, ob das im Regen hilft Im Rennen muss ich mal schauen, da könnte ich das vielleicht wieder umstellen Weil ich mich vielleicht mit 5,5 ein bisschen wohler gefühlt habe Wie dem was sei, es geht los Das Qualified möge beginnen Für ein 50er Ballons ist logisch Ist klar warum Ich mag eher wenn die Hinterräder ein bisschen mehr Die Arbeit verrichten mit Bremsen Dann die legendäre Oroch, die geht im Regen sogar noch, aber Grosjean, der fährt mir jetzt schon weg Kurz ein bisschen in den siebten Schein und wieder versuchen, rauszubeschleunigen Vorsicht, Curbs Oh, das war natürlich alles noch nicht am Limit hier Ich habe wohl jetzt nicht ganz so viel Benzin mitgenommen Also wie gesagt, wenn ich Storl oder Palmer geschlackt, wäre ich zufrieden Oh, jetzt kommen wir nämlich in den Sektor Wo die KI so viel gewinnt Das wird im Regen gefühlt noch mehr sein Gerade hier diese Linkskurve, ganz schwierig zu fahren Grip ist eigentlich gut Oder auch hier die Schnelle links Man kann hier nur Zeit liegen lassen Perez mit der ersten Zeit Der muss fünf Positionen zurück Der hat eine Kollision verursacht Im Zweiten freien Training mit Carlos Sainz Keine Ahnung, was der da macht Und ich sehe schon bei mir die ablaufende Uhr Und ich sehe schon Es wird ein mordsmäßiger Rücksstand werden Von 1,3 Sekunden Ja, auch schönes Unterscheuern 1,58,8 Wenn ich meine Zeit jetzt sage Wenn ich in Training 3 gefahren bin Dann eine gute Nacht Hammett 1,57,4 Was gab Schikane Ja, die Perez hat nämlich nicht mal ansatzweise rankommen können Vergesst es 2,5 Langsam mal jetzt Palma Fahrer vor mir Okay, den könnte man kriegen So ist es jetzt nicht Also den könnte man kriegen Palma wäre möglich Aber mein Gedanke ist natürlich Dann auch wieder die Komponenten auszutauschen Wenn wir hier wirklich auf 18 skarten Boah, das hat dann echt keinen Sinn Ob ich jetzt von 18 skarte Und dann gehe ich auf jeden Fall 100%ig Dann weiß ich das Dass ich keine Teilnehmer mehr austauschen muss Bis zum Ende der Saison Es ist nur Regenqualify Was mein Problem ist Im Rennen sieht es immer Deutlich besser aus Da braucht keine Curbs Mitnehmen nichts So, jetzt habe ich diese Zehntelvorlauf Okay, habe ich rausgefahren Es geht ja auf jeden Fall noch was Aufgeben ist keine Option Ja, beim Anbremsen Verliert man dann wieder die Zehntel Und schafft somit nicht die Zeit von Palma Ja, fast nichts gewonnen Im Gegenteil Ich verliere sogar noch Zeit So, hier haben wir Oh, ordentlich Zeit gewonnen Also doch nicht in den siebten Gang runterschalten Ist doch nicht so vorteilhaft Okay Würde mir aktuell reichen Ah, der Zehntel hat mich Ich glaube ich wieder liegen lassen Oh, hier auch was liegen lassen Oh ja Ah, zu schnell rein Jetzt lasse ich hier wieder was liegen Ah, die perfekte Runde ist es bei weitem noch nicht Aber für Palma würde es reichen Aktuell Ah, bin ich leicht vom Gas gegangen Wo war das anbremsen Jetzt wieder ein bisschen gefühlt besser Ja, immerhin Palma Fahrer vor mir Oh, nur eine Zehntel Okay Oh, nur eine Zehntel Die hätte ich jetzt sogar Ja, die hätte ich jetzt sogar Ja, die Zehntel hätte ich Jetzt sie ist drin Okay In den Science könnten wir auch noch bekommen Ah, dick zu spät Ah, dick zu spät Perfekt besser rausgekommen Ah, insgesamt besser Hier hatten wir uns vorhin ein bisschen verbremst Ja, alles klar Weiß ich, ob das eine Motivationsspritze sein sollte Oder dass er mich nervös machen wollte Weil jetzt habe ich mir Zeit liegen lassen Uh, hat Zeit gekostet Ah, noch ein bisschen mehr ins Limit gegangen Das riecht die Zeit Das bräuchte Magnussen Also, ja, was bräuchte ich für Magnussen Fahrer vor mir Okay Alles klar Das Teamkollege Alles klar Wo findet der 1,3 Sekunden? Ich wüsste, wenn du 2,3 Zehntel findest Aber nicht über eine Sekunde Ja Ja, kann man sich ja mal geben Gegen Alonso Alter Verwalter Selbst auf 105 wäre ich noch zu schwach Alter, 100 wäre ich auch noch zu schwach Gegen meinen Teamkollegen Das haben die mit Alonso gemacht Ganz ehrlich Alter Das Auto müsste es eigentlich auch hergeben Aber im Regen Im Qualifying Keine Ahnung, was der da raucht Keine Ahnung, was der da raucht Kann ich nicht beantworten Also die 1,59 wäre drin Ja Da lege ich mich fest Aber sonst 1,58 Da brauche ich gar nicht drüber nachdenken Da kann ich dir gleich sagen Schaff, das geht nicht Für mich Da müsste ich echt ein besseres Chassis noch haben Dann würde ich sagen, ja Weil vom Handling her Ist das Auto natürlich nach wie vor super Also Magnussen vor uns Aktuell sind wir auf P11 Ich weiß nicht, wer noch weiter hinter uns ist Von dem Paris Von der Paris Schraf Was ist das so, wenn ich nicht profitieren Im Gegenteil Der Paris war eigentlich da vorne gut beschäftigt Mit den anderen Mit dem Benzin hat es auch gereicht Wunderbar Keine Probleme Okay, es ist ein bisschen besser als erwartet Oh, der Motor leidet hier richtig drunter Also Sainz ist nicht geschlagen Palma Sainz, Palma Quirt Könnte ich auch noch geschlagen haben dann Fragezeichen Ericsson und Werlein Werden dann kein Thema sein Die Haben wir geschlagen P11 Ich muss mal gucken, wer da noch alles kommt Beziehungsweise kommen kann Und zwar wirklich kommen kann Und es soll schon stark regnen Obwohl das stimmt ja auch nicht immer so ganz 12 da Ja, jetzt waren wir durchgereiht Ich will mal die Sektoren sein Ich sage euch Ich bin im ersten Sektor schneller Und im dritten vielleicht gerade so Nein Aber im ersten bin ich schneller Ja, um vier Zehnte Und im Schlusssektor verliere ich eine Zehnte Auf meinen Teamkollegen Ich verliere 1,7 Sekunden Im Mitte Teil Ganz ehrlich Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 2 Minuten 0,0 Soll ich hier mit maximalen Abtrieb fahren Ey, selbst dann komme ich nicht dahin Ich verliere auch auf Magnussen Da zum Beispiel richtig viel Zeit Ja Selbst gegen den Sainz verliere ich das Also gegen Palma Gegen Stroll Ey, das erinnert mich so an Drei kommen noch Ne, zwei kommen noch Oh, das würde reichen Ähm Woran erinnert mich das so sehr an Welcher Ableger war das 2011, 2012 Da war die KI auch Bockstark im Mitte Teil Und wo du dir auch immer gedacht hast Wo holen die da die Zeit raus Im Mitte Teil Warum ist hier gelb Hä, was ist da im ersten Sektor los Auch mal interessant Was da los ist im ersten Sektor Da geht die Porti ab Warum ist der Alonso hier Hä Geiler Bug Extrem geiler Bug Also wenn ich mit der Zeit weiter bin Dann, äh Ja Weiß ich auch nicht Nein, wir sind nicht weiter Weil das Ziel ist verfehlt Wir sind ausgeschieden Ja Eine 59 Sechs hätte ich fahren müssen Ne Das wäre nicht für mich drin gewesen Also ich weiß nicht Was ich machen soll Im Im Qualifying Wenn es regnet Also Oder liegt das wirklich nur An Spar Aber wenn ich Ja hier sehe Wo der Alonso Ich gehe auf der Sechs Wächtet ihr meinen Red Bulls Der schlägt ihn vor's In mir Der schlägt Nukong Das ist abnormal Und ich schade auf P17 Ganz ehrlich Wir werden ja von 20 Das Feld aufrollen Ganz einfach Ausgeschieden Quirt Der war 13 Schneller Wie auf der 17 Stroll 18 Werler 19 20 Ericsson 1,5 Sekunden Immerhin vor Werlein Und wenn ich nach vorne blicke Hürgenberg Eine Sekunde Das ist Das ist viel zu viel Naja Ziel verfehlt Teamkollege Wieder mal Außer Reichweite Boah Das wird wieder Ein bockschweres Rennen Mir wäre es dann Einfach umgekehrt Lieber Das Rennen Kann von uns regnen Aber bitte nicht Das Qualifying Genau umgekehrt Das wäre So schön Ja Ja genau Zehnter erwarten sie Von mir Ist klar 35 Ressourcen Bucht Das ist ja geil Das wirst du gewonnen haben Nach dem Rennen Verstappen Hier ist sich gar nichts mehr Im Ruflevel So dann werden wir jetzt mal kurz Die Teile austauschen Wir werden mal kurz Komponente 9 9 beordern Das ist die letzte Komponente Die ich beordern werde Weil mit den Rest Kommen wir dann durch Da brauche ich dann auch Nichts mehr Investieren Aber wir werden nicht Den 9 nehmen Die 2% tun Kein Kohlfett Genauso wie die 29 Jawohl Jetzt nehme ich lieber Das hier Dann hätten wir das auch Dann hauen wir nochmal kurz Die Entwicklung weiter Denn wir haben 54 Ressourcenpunkte Gesammelt Bzw. ich habe sie gesammelt Damit wir den Luftwiderstand Nach vorne bringen können Das ja in der Entwicklung Fehlgeschlagen ist Das hätten wir dann In Italien Auf jeden Fall Fertig Dann würden wir den Sprung auf Renault machen Ja Das ist Richtig nice Renault Würden wir überholen Das kriege ich nicht Zusammen Könnten Können wir vergessen Also dann müssen wir Das hier Das kleine Upgrade Dann Leider Nach Italien machen Wurmt mich so ein bisschen Weil das wirft mich zurück Und wenn das auch noch schief geht Dann noch weiter zurück Ja Also zwei Sachen sind in der Entwicklung Noch Und das dritte Können wir gar nicht mehr In die Entwicklung schicken Schade eigentlich Wir würden aber wieder Wir würden dann Vors Inja rankommen Ob wir die überholen Schied auf dem anderen Papier Ähm Das glaube ich Allerdings weniger Aber wir werden in Spardas Feld von hinten aufrollen müssen Ich hoffe euch hat es Trotzdem gefallen Ach ja Renzi Von mir aus noch Liebe Emma Ist wahrscheinlich wieder Eh so Elfter oder besser Und ich wähle in die Punkte Also ich will nicht Dass hier Spar Mein schlechtes Ergebnis Wird in dieser Saison Das wäre richtig peinlich Apropos Was sind wir letztes Jahr geworden Ich glaube das war auch Ganz turbulentes Rennen Achter Wir waren in den Punkten drin Okay In Ungarn haben wir uns Nicht verbessert Okay Keine guten Vorzeichen Keine guten Vorzeichen Für mich Für Belgien Also In der letzten Saison Haben wir in Belgien Punkte geholt Ich hoffe Dass wir das jetzt Wiederholen können Auch das Rennen Ist komplett trocken Habe ich das euch gezeigt Ich weiß es gar nicht Ich bin so müde Ich bin so verwirrt Ich habe keine Ahnung Aber Eins weiß ich auf jeden Fall Morgen kommt für euch Das Rennen Und ihr hoffentlich Schaltet ihr morgen ein Also macht's gut Und tschüss Tschüss Junge Und ich bin so müde zusammen für dich ist Ich bin